Willkommen von Liefer 2014, wo wir die neuen Samsung-Produkte vorgestellt bekommen haben und es wurde diesmal noch enger mit Swarovski zusammengearbeitet, denn wir können, wie ihr sehen könnt, zu dem neuen Note 4 sowie auch zu dem Gear S hier Swarovski Zubehör bestellen, also entweder in schwarz oder in weiß, hier für die Gear S zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, wunderbar zum Abendkleid, entsprechen bei Damen, bei mir vielleicht nicht so interessant, aber das Note 4 mit einer der Rückseite hier mit Swarovski-Kristallen in Gold oder Silber schaut eigentlich auch wirklich sehr schön aus und kann auch von Männern wahrscheinlich vermittelt werden, nicht nur mit klassischem Schwarz. Genau, das war es dann hier auch schon mit ganz kurzem Hands-On, wie ihr sehen könnt, es schaut eigentlich sehr schön aus. Näher kann ich leider nicht eingehen, denn das Ganze ist hinter Glas, aber es schaut doch eigentlich ganz schön aus. Das war es auch schon, wie ihr da zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal, hier von Liefer 2014 mit weiteren Videos. Vergesst nicht, so einen Schaden zu abonnieren und bis bald. Vielen Dank.